DAS POTATO Geheimnis DAS POTATO Geheimnis Heheheh, POTATO DAS POTATO WIZARD Ja, was heißt denn Kartoffel auf Englisch, mein Lieber? Ach, so viel Englisch kannst du, ne? Ach, shut up Hey, er kommt mehr Englisch Ziehen wir es ihm auf, weil er kein Englisch kann Dann können wir ja Aufnahme 2 alles auf Englisch aufnehmen, okay Deine Mutter What do you say? I don't understand you Can you repeat it? Du gehst mir auf den Senkel gerade What, meine Mutter kann Englisch? Wie tief ist denn diese Riss? Diese Riss Riss Ich glaub ich konnte mich jetzt gleich umbringen, weil ich hier runtergehe Diese Dachdicke Spalte Äh Diese Dachdicke, die Wie auch immer Ausschnitt Diese Dachdicke Falls ihr irgendwann lest, ich bin tot, bitte wundert euch nicht Hey, dann gibt's Hey, dann gibt's Eisen zum Feiern Sollten wir uns wundern, wenn du uns schaubst? Ich bin gerade in dieser Spalte drin Ich verwack mich jetzt ohne Rüstung da einfach rein Beh, peh Keh Und auf seinem Grabstein Ist geschrieben Erdstab in der Spalte Im Dachdicke Dicke ob em Dachdicke Ausschnitt Also, Kohle hab ich gerade mal gefunden Ich hab auch schon Eisen gefunden also bitte pf Er starb in Spalte Er starb in der Spalte Ja, wir sind ja alle schon einmal gestorben Nö, ich zwei... Dabei ist ja eigentlich der Running Gag, der geschriebene Running Gag, dass Chris eigentlich nur sterben soll Das steht auf einem ungeschriebenen Blatt Papier, ja? Gut, das hol mal gleich Oh nee, Chris Rein theoretisch müsstest du jetzt die Webcam anmachen, ein leeres Blatt Papier reinhalten und dann sagen Da steht geschrieben, ich muss jede Folge sterben Ja, sowas habe ich leider nicht Das Script ist mir per PDF-Datei geschickt, man Was, du hast keine Webcam oder du hast kein leeres Blatt Papier? Nein, du hast... Ich habe es mir das Script ja per PDF-Datei geschickt Und das Script hast du gerade ausgesehen einmal leider gelöscht, ja? Ja, das ist leider nicht mehr vorhanden Ach so... PDF-Datei ist gelöscht, man, tut mir leid Ach so... Keine Panik Ja, ich sehe die Lava hier, ich brauche nur um da hinzugehen, um mich verbrennen zu lassen Mit insgesamt 6 Eisenerz Oh, ist auch cool Wo seid ihr? Ich bin immer noch in der Spalte drin, mein lieber Ja, wo ist die? Du willst die Koordinaten, sag das doch Ich gebe doch einfach deinen Waypoint rüber Hahahaha Minus 169 plus 271 Bin ich jetzt gerade Aber ich muss sagen, meine FPS haben sich mittlerweile wieder beruhigt, also... Was ist Minus 100? 67 Boah, böse, ich habe Steam geschlossen Tut mir leid, Wife, aber ich mag euer Programm nicht, ich muss es schließen Ich muss es schließen, um aufnehmen zu können, ihr seid so scheiße! Hahaha Und die andere Koordinate war was? 264 plus Irgendetwas von X auf Y Vielleicht können wir ja irgendwann mal so in Folge 800, 900, den Leuten zeigen, wie es... Die Java-Variable Überschrapaziert und man im Endeffekt am Arsch der Welt rauskommt So, der Zombie ist dort! Ja, ich habe nur Zombie gesagt, nicht dass die Zuschauer hier denken, ich wird ein Let's Player meinen Ähm... Wobei der ein bisschen anders betont wird Ne Zombie Nö, Zombie wird er genannt... Egal! Ah, und... Ihr seid beide Futsche, oder wie? Ich bin in le... in... in... in le Spalte Le Schlucht! Le Ritze! Le... äh... Le Spalte aus Englisch kornet, aber Französisch Le Popo-Kanal Le Lich Oh, Mann, das fängt mal wieder gut an, das Niveau sinkt schon in der ersten Aufnahme Das war doch schon lange tot! Nein, tot war es noch nicht, dafür müssen wir andere Witze auffahren Was heißt bei dir andere Witze? Witze... hey, ein Dorf! Cool! Ein was? Ein Dorf aus Sandstein Das... ja, wenn du da ein Creeper doch siehst, oder dass da Wände zerrissen sind, das ist das, was ich gefunden habe Cool jetzt fast nicht gern, weil ich Zuckerrohr dabei habe Also ich finde hier Kohle en masse Kohle, 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 Kohle... Ah, den One-Hand-Gig hatten wir in Staffelzahlen Kohle, Kohle Kohle, Kohle, Kohle Dann mache ich aber hier unten dennoch unsere kleine Wasser... äh, unsere kleine Wasserfarm, genau Leute, ab sofort in Minecraft 1-4-4 kann man Wasserfarm bauen 1-4-5 1-4-5, ach ne, du hast ja noch nicht auf 1-4-5 geupdatet What the hell, wieso haben wir einen Stein... äh, wieso haben wir Sandstone Slaps? Äh, die hab ich noch, das war noch von der Explosion Äh, Stairs, Slap Die f- die kommen wohl vom NPC-Dorf Ja, Leute, ihr könnt jetzt ruhig unter mein Video schreiben Ey, guckt ihr mal den Game-Blogger an den Kack-Buhn Der kann doch nicht mal Slaps und Stairs unterscheiden Failed Oh lololololol Erinnerung, HATE HATET IHN HATET IHN DISLIKET IHN DEABONNIERT IHN Nein, Joke, das wär jetzt fies PS Leute, ich habe Stevens Handynummer Also wenn ihr irgendwie Stalker machen wollt, dann... Sagt's nur Dann werd ich dir nie wieder meine Nummer geben, das dir wär klar Die habe ich schon längst, also ich brauche sie nicht mehr Na, wenn ich mir ne neue dann wegen so ner Scheiße zulegen muss Ach Quatsch, als ob ich den Zuschauerern deine Handynummer geben würde Bei dir kann man ja manchmal nicht wissen, so wie du das manchmal sagst Nein, Joke Äh, da, hallo Gravel, na wie gravels dir denn so? Ja, ich weiß Sooo... Wollen wir nicht mal schlafen, weil es ist nämlich dunkel und ich weiß nicht wann hier dann die... Die ersten vier Heukel kommen Das ist... Mein Lieber, das ist schlau Wie gesagt, um zu dir zu kommen Ist das ein leicht weiter Weg Ach Quatsch Ja, da ist ein Creeper noch Und ein bisschen kaputte Häuser, ne? Mhm Ja, das war das, was ich gefunden hab Aber in der Nähe des Dorfes ist auch direkt der... 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 Rennen des Todes Ich sag's dir nicht, ich sag's dir nicht, sonst fängt Basti wieder an zu lachen Le Spalt Nein, du machst die Scheißdünne, aber du bleibst da drinnen in der Scheißkirche Blöder Zombie, du blöder, blöder, blöder Zombie Flöder, du schier Ich hoffe, das äh... Klappt so wie ich mir das jetzt denke da mit dem... äh... Mit der Farm Weil ich hab im Endeffekt das Wasserloch links Meinst du der... der Wasserfarm? Ja, genau Nein, ich hab jetzt das Wasserloch rechts neben unserem Dorf Genommen und hab dann angefangen, da Weizen anzubauen Also in so'n kleinen Feld Steven, kommst du mal zum Dorf bitte? Warum? Weil ich nicht was, wo der Lischbalt ist Hast du... ach nee, du hast die Minimap nicht Äääääääääääääääääääääää... Ich bin runtergegangen bei der... äääh... ... bei der Scheppalte... Bei... Watsaaaaaaa... Ah, ich glaube, ich habe einen Punkt Gut Ähm, darf ich Eisen abspacken für den Eimer? Dann kann ich eine kleinere Farbe auch Ich habe 13 Eisenerz Also, wenn du willst Hast du irgendwo le Fackeln hingelegt? Oder so? Fackeln hingelegt? Ich habe Fackeln gesetzt Manja Ja, so hier unten in der Spalte, ja, aber jetzt da wo die ist, nein Weil man sie ja eigentlich sieht Wow, so hat Creeper runterkauen Eine mörderische Selbstmordaktion eines Creepers Ist er tot? Ich nicht, nein, aber der Creeper Den meinte ich ja eigentlich auch So, aber eben Super, ich muss natürlich wieder auf die Machen wir direkt zwei Drei So, dann habe ich genug von den Teilen Mehr Steine habe ich dann auch erstmal nicht Wo steckst du denn da? Ich finde den Schicht bald nicht Was? Ich finde den Schicht bald nicht Hast du es gefunden? Warte Oh mein Gott, braucht Chris lang Ja Tut mir leid Ja Aber die Koordinaten hast du dir jetzt gemerkt? Minus 157 und 200 irgendwas Und ich sehe deinen Arme 255 255 Yay, ich habe Steven gefunden Steven ist ein Spalt gefunden Müsstest du mich ja eigentlich auch direkt sehen Müsstest du mich ja eigentlich auch direkt sehen Müsstest du mich ja eigentlich auch direkt sehen Ja, aber ich habe Angst, weil da gerade ein Skelett ist Und das möchte mich töten Ups Ich habe es runtergeschlagen Alter hast du mich erschreckt Weil dein Skelett runtergeschlagen Saustes Das müsste ja eigentlich sein Horn Warte Steven Leid mal an der Stechstieder wo du gestanden bist Ähh Blarruh Blarruh Warum wirfst du mich jetzt mit Hm Warum auch immer du das gemacht hast Bam FAIL Genau deswegen Ach, wieso bist du denn auch genau da runtergefallen du Volldeb Chris? Guck mal, ist das so okay mit der Farm da hinten? Nö Übrigens, ich scheiße später auf dieser Nicht-mehr-Teleportier-Regel Weil so einfach komme ich hier nicht mehr Aus dem Riss gleich raus Nein, jetzt sag mal bitte im Ernst Ist das so okay mit der Farm, oder? Nö Ja gut, dann bastel so um Wie du meinst, dass die Farm In Ordnung ist Welche Farm denn genau? Die Kartoffelfarm? Nee, ich habe Eine kleine Weizenfarm Gebaut Ich bin jetzt gerade dabei, dass wir dann Eventuell später einen Keller ausheben können Ja, für den Anfang Kümmern wir uns erstmal um unser Haus Und dann bauen wir so andere Ipische Klamotten Cool, jetzt spacken meine Eris rum Nein, äh, was Haben wir eigentlich von vornherein gesagt Warum es mal sein Ich habe zwar erwähnt, dass Chris Manchmal bei manchen Aufnahmen nicht bei sein kann Haben wir aber direkt damit erwähnt, dass die Aufnahmen dann trotzdem mit uns beiden neu verlaufen Zwar im Info-Video haben wir es getan, aber es gibt Leute, die schauen nicht das Info-Video Sondern schauen wirklich jetzt nur dieses LPC Hm, keine Ahnung Übrigens, Chris, pass auf hier Ähm, der näheren Lager ist ein Skallop